Ja genau, wir brauchten hier noch Öl... Wie zahl ich hier? Heute haben wir uns abgerissen, die alte Wache? Hm... Da hin... Man sieht eigentlich... Anti-miesigen Straßenbau... Da hin... Dann nicht... Dann, tschüss... Naja, die brauchen hier noch einen Park, ne? Focken wir an, hier, hier gar nicht! Wir sind hier voll in den Gittäusch! Boah, das... Wie ist das denn? Na guck mal, wie schön. Was hier? Ein Triplaza. Super. Ich glaube, die wollen hier auch noch so gut. Ich will da hinsetzen. Ich weiß nicht, was hier so hinpasst. Die Größe von... Nicht zu groß, nicht zu klein. Genau richtig. Ah ja. Nein. Wir haben ja noch besondere Gebäude, ne? Na guck mal gucken. Oh. Macht der so genau? Hier sind Plänte. Super KFC 300. Also ist das hier so... Ein Gebäude, was man bauen kann, wenn man nicht muss. Kade, passt nicht. Ich würde die richtig hinpassen. Kade. Ah. Ah. Oh, entschuldigt. Bannhaus. Hauen wir das. Nö, nicht wirklich, ne? Nö, nicht wirklich, nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ja, äh, puh, sorry. Good heavens. Es gab doch hier noch so'n Wiege, die ich so basteln konnte. Ah, hier. Das Brieg ist genau rein in die Fabrik. Hier bin ich ja gespannt, wie sie hier bauen. Ich hab immer noch nicht die ganze Kohle verbraten, wie wir wollten. Oh, was sie los? Oh, was sie los? Ist ja eigentlich nur angesiedelt. Oh, nun, ne? Oh, man, das pasó. Oh, no, 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 no. Ok. Hm. Das teilt er ein? Was geht da eigentlich? Total erschossen. Perfekter. Das ist ja. Ich habe jetzt schon so viel geblendet, so lange lebt. Du, habt Spaß. Müsst ihr ja hier, ne? Das ist ja auch schon so schön. Müsst ihr, dass ich da aufbauen will? Müsst ihr, dass ich da aufbauen will? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Leute, beim besten Willen, das geht doch nicht. Was? Ich würde sagen, dass es hier gestrickt wird. Wie können sich da irgendwelche Hochhausdinger aufbauen? Was ist das denn? Oh, ich sag mal ganz ehrlich, wie sieht das denn aus hier? Hausecke raufgebaut auf die Straße. Ich glaube, mein Schweinfeiß. Oh, Verbrecher! resultat mit hier wenig dienstleistung alles hier ich bin doch da wir wollten hier noch zu hier hier Achso, oh jo. Gucken wo die alten Dinger standen, die müssen ja wieder gefüllt werden. Mal gucken, ich muss mich schon mal ein. Ja, wo die alten Feuerwehren standen und die Polizei nun nach. Ihr wisst schon. Ja, du Hütchens. Ist die noch irgendwelche Rohstoffe? Nö, ne? Wie gesagt, bauen wir hier eine kleine Arbe da. Komm hin. Ich kann mir die Straße gleich nehmen. Dings. Ja, super nackig. Überhaupt nicht so. Ich weiß auch nicht. Ich bin das lieber quadratisch praktisch. Ich weiß auch nicht. Ich möchte das lieber so haben. Ich habe hier eine Straße geblendet, ne? Die wollte ich ja. Entschuldigung, mein Fehler. Wollte ihr hier so setzen? Wird frei? Das ist doch nie, nie, nie. Muss ich schon ein paar Leute wohnen können. Wollte ich mal so. Ich werde später immer noch umsetzen. Ja, da bricht dann bestimmt das totale Verkehrskurs aus. Wollte ich ja nicht gesagt. Zurück. Die bleiben so. Die bleiben so. Die bleiben so aufschäumt. Das war's. die armschweine die hier lieben doch sehr richtig fernab des schosses nehmen wir die würde hier mal wird gewinnen neu wird keine ahnung neu wird wohngebiet was soll klingen kostet nachverkehr ich glaube sagt oder wird natürlich machen wir es überhaupt schon nie dass man natürlich die einnahmen bei uns und hier sowas na wir setzen erst mal seht ihr das nicht denn das was ich meine mit den einwand strafens ein wohngebiet ist das nicht so wirklich hier Das brauchen sie nicht. das ist so hoch der strom musst du ziemlich an seinen grenzen wir haben die gerung gefummelt die kinder im griff weg so was soll's ja hier unten machen wir das ja hier unten ja hier unten Guck mal da in die Müll ab. Die letzte Verbindung zwischen zwei Punkten ist ja immer eine Gerade. Ich mache die mal weg. Ihr müsst euch mal da auch aufbauen, wofür du müsst sie jetzt. Achso. Entschuldigung. Kann das ja nix werden. Also jetzt habt ihr alle Strom. Ey, ihr habt die Macht, ihr kann den Hebel umlegen und sagen, ihr kriegt keinen Strom mehr. Hm. Herzlichen Wunsch. Ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist berechtigt. 2000. Alter. Wir müssen mehr Platz für Kiddies schaffen. In der Schule. Ey, das geht ja gar nicht. Uiuiui. Woi du. Hier gar nicht. berechtigt oben oberstuhl ist auch schon der vogel nö die kriegen keine die ohne die ist noch ganz gut das nehmen wir die eimerstraße nein 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 hier oben nicht vorzunehmen hier von mir aus das roto leben richtig